Was ist denn? Ich mach den Abwasch. Du putzt dich doch auch, Lilly. Ich kann aber gerade noch nicht aufs Sofa. Ja, und wer soll den Abwasch machen? Du vielleicht? Machst du den Abwasch, Lilly? Machst du den? Der Aramis, du, der ist schon auf dem Sofa. Schau sie rein. Das ist nur ein Tuch zum Abtrocknen. Kleines, leg dich schon mal ohne mich hin, ja? Lilly. Ey, auch leer. Aua, sag mal, geht's noch? Mössi, du bist gerade voll der Grinch. Echt wahr? Wir haben gerade gekuschelt. Ich kann nicht mit aufs Sofa. Süße. Ich kann noch nicht mit. Unglaublich, die Katze. Du willst deinen Willen durchsetzen, gell? Du willst auf meinen Schoß unbedingt. Ja. Dieses Tuch stört, hm? Wirst du echt jetzt unbedingt aufs Sofa? Ja? Ist das, was du willst? Und wer macht den Abwasch? Maus, wer macht den Abwasch dann? Hm? Ist unglaublich. Na komm. Okay. Lilly? Bist du jetzt dann zufrieden? Oh, da liegt schon jemand, schau. Ja. Vielen Dank.